Hans-Beder, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute mal im OMR-Studio. Wir wollten sozusagen gemessen an der Qualität der Gäste hier auch unsere Aufnahmequalität noch mal deutlich erhöhen und wir wollten schon lange einen Podcast aufnehmen. Die meisten Hörer werden den Namen Fricke noch nicht gehört haben. Deswegen müssen wir ein bisschen einsteigen in das Thema. Wer bist du, was machst du und was macht Fricke eigentlich ganz genau? Herzlich willkommen. Ja, danke Alexander, dass ich hier sein kann. Mein Name ist Hans-Peter Fricke und wir sind Landtechnik-Händler, machen aber auch noch verschiedene andere Dinge. Aber zu zwei Drittel verkaufen wir Landtechnik, Nutzfahrzeug, Baumaschinen, Ersatzteile in Europa und zu einem Drittel Whole Goods. Also das heißt Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Gartentechnik, ganze Landmaschinen, die wir selbst produzieren. Aber das reicht vielleicht. Also zwei Drittel Ersatzteile für Landmaschinen und ein Drittel Maschinen. Und das Unternehmen hat mittlerweile 3000 Mitarbeiter und wir werden dieses Jahr eine Milliarde 50 Millionen Euro Umsatz machen. Also schon eine entsprechende Größenordnung. Das ist quasi euer erstes Jahr mit einer Milliarde Umsatz? Ja, genau. Also die Märkte laufen momentan gut. Wir sind also sozusagen auch, ja, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, Corona-Profiteur. Also unsere Märkte sind stabil, weil eben Landwirtschaft relevant ist. Wir da mit einer Landtechnik auch. Nutzfahrzeuge sind auch relevant. Also wir mussten zu keiner Zeit Bereiche von uns schließen. Ja, das soweit. Dann vielleicht ein bisschen zur Geschichte des Unternehmens. Ich will mal ganz kurz beim Umsatz kurz hängen bleiben, weil die meisten Gäste, die hier sitzen, auf deinem Platz, hier am Mainplatz sitzt ja normalerweise der Philipp Westermeyer und stellt wichtige Fragen. Die meisten Gäste, die auf deinem Platz sitzen, sind auch erfolgreiche Unternehmer und viele von denen sind auch Unicorn-Fauner. Nun ist das ja so, in der Digitalszene ist man ja Unicorn, wenn man eine Milliarde Bewertung erreicht. Du hast ja eine Milliarde echten Umsatz und jedes Jahr wieder. Also das ist jetzt zwar kein Recurring Revenue, man muss quasi jeden Anhänger, jedes Ersatzteil immer wieder aufwendig verkaufen. Aber hinter diesem Umsatz liegt ja auch eine entsprechende Rendite. Ich habe, wenn man mal so ein bisschen nachguckt, dann, ich weiß nicht, ob über 10 Prozent Rendite kommt, aber es sind einige Prozentpunkte Rendite, die da drin sind. Das wäre ja gemessen an den Maßstäben in dieser Digitalszene, wäre die ja ein Multi-Unicorn, wahrscheinlich das wertvollste Unternehmen, was hier jemals saß. Aber das sind nicht die Maßstäbe, nach denen gemessen wird und nach denen Erfolg auch bemessen wird in eurer Branche, oder? Nein, genau. Also das finde ich jetzt das alles. Wir sind ja Old Economy und ja, wir sind im Grunde genommen, sind wir ja zu zwei Dritteln Großhändler für Landtechnik, Ersatzteile, wie gesagt, Baumaschinen, Nutzfahrzeugteile, Gabestaplerteile und das machen wir aber eben zu einem großen Anteil digital. Also 96 Prozent des Geschäftes läuft digital, aber B2B, nicht B2C, B2B. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie funktioniert ein digitaler Handel für euch? Wenn ich mir jetzt vorstelle, bei einem Bauern geht jetzt am Traktor was kaputt, dann ruft er doch wahrscheinlich seinen Händler an oder ruft auch euch an, um was repariert zu bekommen. Der bestellt doch nicht digital, oder? Nein, der Landwirt nicht, sondern der Landwirt, es gibt also da auch eine moderne Arbeitsteilung. Der Landwirt kümmert sich um die Milcherzeugung, der Landwirt kümmert sich um die Schweinemast, der Landwirt betreibt den Ackerbau und konzentriert sich darauf sehr stark und sagt halt eben, okay, die Technik, das soll mein Landtechnikpartner machen. Der fährt dann also zu seiner Werkstatt und die Werkstatt analysiert die Maschine und bestellt dann eben tagsüber die Ersatzteile bei uns in unserem Webshop. Also wie gesagt, eine Webshop-Quote von 96 Prozent, ungeheuer groß und ungeheuer gut. Trotzdem haben wir auch in ganz Europa, also von Portugal bis Polen bis Norwegen, Schweiz und so weiter, haben wir Vertriebsleute, die man also auch ansprechen kann, die sich dann zum Teil auch Problemfälle angucken. Also wir sind nicht nur digital, wir bringen also auch Wärme rüber, Beratung, Mitarbeiter vor Ort. Okay, wir gehen nachher nochmal ein bisschen genauer darauf ein, wie diese Teilung ist und was diese 3000 Mitarbeiter genau machen und woher die Kunden kommen. Vielleicht nochmal ein bisschen zur Geschichte. Du bist, wenn ich das richtig gesehen habe, auf eurer Historienseite Anfang der 90er Jahre eingestiegenes Unternehmen als Geschäftsführer oder ist das falsch? Nein, Ende der 88 bin ich eingestiegen und ja, sehr jung, aber ich merkte eben, ich muss da einsteigen. Mein Vater wollte unbedingt, dass ich da reinkomme und vielleicht noch ein bisschen zur Geschichte des Unternehmens. Wir waren damals gegründet 23 und in ganz, ganz einfachen Verhältnissen. Wir waren damals die vierte Schmiede in dem Ort und man machte sehr viel Hufbeschlag und mein Vater hat dann erzählt, dass er morgens um 11 Uhr schon einmal das Hemd ausringen konnte, weil er so geschwitzt hat und ja und im Grunde genommen wollte er aus diesen Verhältnissen raus. Er hat dann 53 nach dem Tod meines Großvater das Unternehmen übernommen und hat dann gesagt, okay, ich will hier nicht abhängig sein von den Landwirten vor Ort. Ich will eben etwas Größeres machen und hat dann eben die Mechanisierung der Landwirtschaft mitgemacht in den 60er, 70er Jahren, wo also praktisch auch eine Planwirtschaft herrschte, wo man sagte, okay, wenn du den Kartoffelvollernte haben willst, dann musst du hinten dich anstellen und dann irgendwann kommst du dran und so weiter, also wo ungeheure Stückzahlen verkauft wurden, wo eben dann die Knechte und Mägde eben aus der Landwirtschaft rausgingen. Das hat er alles mitgemacht. So, aber nochmal, erst mit 14 Jahren hat er gestartet, war Autodidakt und hat dann auch schon ein bisschen internationales Business gemacht. Wir haben also Maschinen nach Venezuela verkauft. Und dann vielleicht noch ein entscheidender Schritt, und zwar war mein Vater Anfang der 70er Jahre in Nordamerika, hat einen mit seinem Bauunternehmer und sie haben auch einen Caterpillar-Händler besucht. Und dann sagte der Caterpillar-Händler, nee, mein Vater fragte ihn dann, sagen Sie mal, was verdienen Sie hier an diesem Bagger? Ja, ja, dann sagte er zwei Prozent. Das ist aber wenig, zwei Prozent. Ja, ja, aber der Tankdeckel, der kostet 100 Dollar. So, das war für ihn dann so eine Initialzündung. Und damals wurde die Produktion von Hanomag-Traktoren eingestellt in Hannover. Das war auch Anfang der 70er Jahre. Und dann hat er sich stark verschuldet, ist all-in gegangen und hat das Produktionslager gekauft. Von Hanomag? Von Hanomag. Für Landmaschinen. Und das war so ein bisschen der Beginn des Ersatzteilgeschäftes, der Beginn, dass er eben einfach, dass einfach das machte Spaß und er hat sich da, wir hatten da noch gute Leute, man braucht ja da noch gute Leute für so etwas, die auch da Kaufmännisch dachten, alles entwickelt. Ja, und dann 96 haben wir dann die Marke Granit gegründet, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen das trennen, den Fricke, den klassischen Landmaschinenhändler, zu Granit. Und so begann also praktisch diese Ersatzteil-Story. Und bei Granit ist es aber nicht so, dass ihr diese Ersatzteile in großer Stückzahl kauft von den heutigen Hanomags der Welt, von irgendwie Fendt, John Deere, sondern ihr produziert selber auch Teile, richtig? Ja, also wir sind, wir lassen produzieren. Also ich würde sagen, nein, wir arbeiten auch mit Herstellern zusammen. Also auch da hat sich die Lage mittlerweile sehr, sehr entspannt und wir arbeiten sehr, sehr gut mit den Herstellern auch zusammen. Aber ich würde sagen, 55, 60 Prozent der Produkte werden unter der Eigenmarke verkauft. Also wir sind praktisch sowas wie ein Generika-Hersteller, ja. Okay, und habt ihr quasi dieses Wachstum auch deshalb so gut leisten können, weil sich der Markt konsolidiert hat? Also wie haben denn die Leute vorher den Tankdeckel gekauft für ihren Traktor, bevor es euch gab? Ja klar, wir waren dabei behilflich, die Branche zu konsolidieren, aber wir haben halt eben auch die Chance beim Schopfe gepackt. Wir haben halt eben neue Pricing-Systeme, Transportsysteme eingeführt. Wir haben also Mitte der 90er Jahre beispielsweise dann auch gesagt, okay, es gibt nur einen Transportpreis in Night. Also wir machen in Deutschland zu 96 Prozent In Night-Versand. Das heißt, nächsten Morgen um 7, 8 Uhr ist die Ware beim Kunden. Und wir haben dann eben einfach gesagt, es gibt da nur einen Kurs. Das kostet, ich weiß nicht, was es damals war in den 90er Jahren, 8 Euro. Und das gab es bis dato nicht, sondern die Versender sagten, okay, wenn du das nach Bayern schickst, dann kostet das 14, damals noch D-Mark. Und wenn du es in Norddeutschland lässt, dann kostet das 6 D-Mark. Und wir haben gesagt, interessiert uns nicht, einen Kurs gibt es und der Kunde, egal wo der sitzt, das haben wir gemacht. Und so haben wir halt eben verschiedene Betonmauern durchbrochen. Im Grunde genommen wollte es kein Hersteller, dass wir diesen Weg gehen. Im Grunde genommen wollte es auch kein Landmaschinenhändler, dass wir diesen Weg gehen. Aber am Ende haben wir uns eben durchgesetzt. Am Ende haben wir eben einen guten Job gemacht. Dann haben wir eben auch eine Internationalisierungsstrategie im Einkauf gemacht. Also wir haben dann sehr, sehr früh auch begonnen, in der Türkei, in China, in Indien einzukaufen und in anderen Ländern auf diesem Globus. Und auch das hat uns dann natürlich Vorteile gebracht. Und vielleicht um diesen Markt ein bisschen besser zu verstehen, die meisten Hörer betreiben ja keine Landwirtschaft. Das ist ja schon noch euer Zielmarkt. Am Ende des Tages nutzt das Produkt oder die Ersatzteile, die ihr vertreibt, werden in irgendeine Landwirtschaft eingesetzt. Das ist schon der hauptsächliche Markt, korrekt, oder? Ja, das ist aber Landwirtschaft ist eben nicht nur ein Traktor, sondern es gibt da eine unheimliche Breite an Maschinen. Es ist eben der Grubber, es ist der Maisleger, es ist die Hacke, es ist dann auch das Pflanzenschutzgerät. Es ist also eine gigantisch breite Palette und wir haben also auch ein irre breites Sortiment. Also vielleicht hat ein Autoteile-Großhändler, ein richtig großer, 80.000 bis 100.000 Positionen am Lager. So ein Mattis in Hamburg. Ja, genau. Und wir haben zweieinhalbmal so viel, wir haben also über 250.000 Positionen am Lager liegen. Also eine irre Breite, die wir da vorhalten. Leider dann eben auch mit einer, mit relativ wenig Fastmovern. Okay, und immer mal, man kann das wahrscheinlich jetzt nicht den Durchschnittsbauern ausrechnen, weil es sehr verschieden ist, auch regional sehr verschieden. Die Bauern in Süddeutschland sind ein bisschen kleiner als die Bauern in Norddeutschland sozusagen durch das Flächenangebot. Aber so ein Bauer, der 100 Hektar bewirtschaftet, irgendwie sich auf das Thema Getreide fokussiert hat, was für einen Maschinenberg betreibt der? Also wie viel musst du da im Jahr rein investieren? Wir nehmen mal an, er hat irgendwann schon mal einen Traktor geerbt und muss sich irgendwann mal einen neuen kaufen. Aber von was reden wir da? Ja, ich würde sagen, auch das ist halt eben, wie intensiv betreibe ich die Landwirtschaft? Also wenn ich jetzt die großflächige Landwirtschaft in den neuen Bundesländern sehe, dann sind das vielleicht auf 100 Hektar, sind das dann vielleicht 6.000, 8.000 Euro. Das ist aber eben… Pro Jahr. Pro Jahr. Das ist aber eben im Weinbau, das ist eben im Gemüse, das ist halt eben Tierhaltung oder so. Also kann das ganz andere, können da ganz andere Mengen zusammenkommen. Können da ganz andere Mengen zusammenkommen. Also insofern, das ist wirklich sehr äußerst unterschiedlich. So, aber ich sage auch, dass eben beispielsweise in Bayern, Baden-Württemberg durch die klein strukturiertere Landwirtschaft starke Viehhaltung, dass also dort mehr Teile gekauft werden als beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern oder Thüringen. Aber kann man sich das so vorstellen, wenn man jetzt so eine… Es gibt ja in unserer Branche diesen Begriff des TAM, des Total Addressable Markets. Jetzt gucken wir mal nur Deutschland an und wenn ich jetzt quasi als Gründer durch Deutschland fahre und ich habe jetzt so einen Wert von dir bekommen, nochmal 6.000 Euro auf 100 Hektar, dann ist ja, wenn man so eine Autobahn vorbeifährt, 100 Hektar sind ja schnell um. Ja. Sozusagen das sind ja 100 Hektar und dann nächste Minute wieder 100 Hektar, 100 Hektar, 100 Hektar. Da kann man also durchfahren, dass quasi diese ganze bewirtschaftete Fläche in Deutschland, ich weiß nicht, wie viele Millionen Hektar wir da haben, sofern sie noch aktiv bewirtschaftet ist, das ist schon euer Total Addressable Market, nur für Deutschland. Genau, das ist nur für Deutschland und ja, wobei die Landwirtschaft in Deutschland ja auch momentan es nicht einfach hat, das muss man also ganz klar so sehen. Wir sehen halt eben einfach der Druck der Öffentlichkeit, der Druck der Politik wird größer, nachhaltige Landwirtschaft und die Landwirtige beschäftigen sich auch sehr stark damit. Aber heißt nachhaltige Landwirtschaft nicht für einen Maschinenhändler oder auch Produzenten ein besseres Geschäft, weil man dann anstatt mit Chemie sozusagen viel mehr mechanisch die Ländereien bewirtschaften muss? Ja, also wir sehen schon momentan den Trend, dass also Glyphosat wird, meine ich, ab nächstes Jahr, übernächstes Jahr verboten werden und so weiter. Also dann wird man nicht drumherum kommen, eben intensiver zu arbeiten, bedeutet aber natürlich auch gleichzeitig beispielsweise mehr zu hacken, mechanische Unkrautbekämpfung bedeutet natürlich aber auch, dass der Acker häufiger befahren werden muss. Also die ganze Geschichte hat immer zwei Seiten, dass ich mehr Diesel verbrauche. So aber im Grunde genommen ist diese Entwicklung für uns gut. So auf der anderen Seite muss man aber eben auch sehen, dass eben die Produktion teurer wird und dann natürlich auch Produktion bei uns abwandert. Und das ist dann halt eben wieder negativ, dass eben einfach in Ländern, in denen nicht so genau hingeschaut wird, ich sage mal in Spanien oder Südamerika oder wir reden ja von globalen Märkten. Alles kann heute durch die günstigen Transporte durch die Welt gefahren werden, dass eben immer mehr beispielsweise aus Brasilien kommt. In Brasilien wird Glyphosat zu 98 Prozent weiter eingesetzt. Das wird auch so bleiben, das wird sich auch niemals ändern. Das geht gar nicht. Oder in Argentinien. Und das ist halt eben so ein bisschen das Fatale. Das heißt, die Auflagen werden wie immer größer. Aber wir wollen im Grunde genommen nicht mehr für die Lebensmittel zahlen, für die nachhaltigen Lebensmittel, die Lebensmittel, die hier in Deutschland vor Ort produziert werden, die wir viel besser im Blick haben. Das ist ja die gleiche Diskussion mit der Produktion von Konsumgüterprodukten in China, die dort ja auch teilweise unter nicht so schönen Umweltauflagen produziert werden wie in Deutschland. Aber wir kaufen ja trotzdem am Ende die Klamotte oder den Fernseher sozusagen. Ja, genau. Ich hatte gerade im Spiegel einen kurzen Artikel gelesen, man rät den Sportlern bei der Winterolympiade jetzt, sie sollen kein Fleisch essen, weil überall Glenbutterol nachgewiesen werden kann. Also Touristen, die aus China zurückkommen, zurückkamen, bei denen kann man Glenbutterol, also einen Mastverstärker, einen Hormon nachweisen. Und was also auch ein ganz klares Dopingmittel ist. Also auch da nochmal. Ja, und wir holen eben Bio-Lebensmittel aus China und wissen gar nicht genau, was wir dort eigentlich kaufen. Und wir wissen eben nur, dass die Audits in China nicht eingehalten werden. Und eben der chinesische Mittelstand, der gehobene chinesische Mittelstand, kauft deutsche Lebensmittel, kauft europäische Lebensmittel. Also die Welt ist nicht ganz so einfach, wie wir uns das häufig vorstellen. Und da bewegen wir uns natürlich auch ein Stück weit drin. Aber ich bin kein Agrarspezialist. Ich sehe nur eben das, eben der Endkunde, dass der eben doch unter Druck steht. Und ja, und dass momentan vielleicht auch die Preise, die er haben müsste, er für seine Produkte nicht bekommt. Und du sagst also, die Landwirte in Deutschland stehen so ein bisschen unter Druck. Das war ja auch in den letzten Jahren schon so, durch die ganzen Milchpreise, durch die Konsolidierungsbewegung auch in Ostdeutschland. Da haben wir mittlerweile Betriebe, das sind ja 8000 Hektar, ja gar keine selten, halt mehr, die da irgendwie zentral bewirtschaftet werden. Was heißt das für euch, wenn so ein Großbetrieb das Ganze dann bewirtschaftet? Der kauft ja dann einfach viel größere Maschinen, würde ich jetzt mal naiv vermuten, weil auch bei dem sind Arbeitskräfte ein Engpass. Die gibt es nicht so viel. Gut qualifizierte gibt es nicht so viel. Dann sollen lieber die, die gut sind, einen viel größeren Traktor fahren, damit der Flug hinter dem Traktor breiter ist. Das heißt ja dann wieder weniger Maschinenverkauf, oder? Ja, das sind dann eben wir als Landmaschinenhändler. Und wenn wir heute also einen großen Glas Mähdrescher verkaufen, so eine Maschine kostet heute annähert 600.000 Euro. Das ist also, wir reden da wirklich von ganz, ganz großem, eckigem Geld. Und so ein Mähdrescher kostete eben dann vor 15 Jahren oder 20 Jahren dann eben 150.000, 200.000 Euro. Also das heißt, die Preise haben sich also entwickelt, aber die Maschinen sind also auch wahnsinnig leistungsfähig. Dazu nochmal, so ein Mähdrescher läuft klassisch eben in den neuen Bundesländern 20 Tage im Jahr. Also nicht für ein großer Bagger, der auf 250 Arbeitstage kommt, sondern wir haben ja einen Mähdrescher, der annähernd 600.000 Euro kostet, aber nur 20 Tage läuft. Aber der kann in einer Stunde 80, 90 Tonnen ernten. Damit kommt eine Stadt wie Leipzig oder Dresden mit dem Getreide, was da geerntet werden, eine Woche bis anderthalb Wochen aus. Das Getreide einer Stunde. Was dieser Mähdrescher in einer Stunde erntet, damit kommt eine Stadt wie Dresden oder Leipzig, Brotversorgung und wo man sonst überall noch Mehl gebraucht, also jetzt den Christstollen, wo auch irgendwie Mehl drin ist. Also damit kommen die eine Woche, zehn Tage, kommen die damit aus. Also schon wahnsinnig die Produktivitätsfortschritte. So und wir sehen halt eben, dass in den 50er, 60er Jahren hat man 30 Prozent seines Einkommens für Lebensmittel ausgegeben. Und da wir in Deutschland Weltmeister des Sparens sind, gerade bei Lebensmitteln, geben wir heute noch ein 10, 11 Prozent aus. Und das Ganze war eben nur möglich, indem die Landwirtschaft gigantische Produktionsfortschritte gemacht hat. Okay, aber bleiben wir mal kurz bei dem Klaas-Mähdrescher für 600.000. Also ich verstehe, dass natürlich jetzt Klaas, die können sich jetzt, das ist ja sozusagen ein globaler Hersteller, ist ja eine globale Marke, es wird wahrscheinlich auch in Asien Klaas-Mähdrescher geben. Die werden sich das jetzt nicht leisten können, überall Vertriebsleute zu haben. Dann brauchen sie Leute wie euch, die sagen so, der Hans-Peter, der kennt dann den Großbauern in Mecklenburg-Vorpommern, der verkauft den Mähdrescher. Aber das Geschäft, was danach kommt, wenn dann irgendwas mal sozusagen daran kaputt geht oder ein Software-Update gemacht wird, das möchte doch bestimmt Klaas ownen. Oder wenn ich mir so angucke, was die Landwirtschaftskonzerne so an Plänen haben, dann ist das das Gleiche, was auch andere Unternehmen haben. Ja, die wollen den Zugang zum Kunden, die wollen das behalten. Genau. Ja, aber es ist natürlich so, dass man da schon in der Fläche vertreten sein muss. Und die Availability, also die Verfügbarkeit, ist bei uns eben ein gigantisch großer Wert. Und dafür ist der Hersteller dann einfach zu weit weg. Und wie gesagt, wenn so ein Mähdrescher, der 600.000 Euro steht, wenn der sechs Stunden, acht oder zwölf Stunden steht, dann sind das gigantische Ausfälle und wir sind eben einfach dichter dran. Also ich denke, da, wie gesagt, wenn ein Tesla, wenn ein PKW, so stelle ich mir das vor, ich habe aber auch ein Tesla Auto und wenn der drei Tage, fünf Tage nicht da ist, dann kriegt man einen Leihwagen oder nimmt sich einen Mietwagen und das ist dann nicht so schlimm. Aber so eine Riesenmaschine, die kann ich einfach nicht ersetzen. Die muss punktgenau dann eben da sein. Sie muss punktgenau dann funktionieren und dann brauche ich eben geschulte Leute vor Ort, die sofort beim Schnipp da sind und sagen, okay, let's go, reparieren. Und so, und da, das wäre für den Hersteller so wahrscheinlich zu, wäre er zu weit weg. Und in unserer Industrie ist es so, dass alle Großen eben auf Händler setzen. Die Händler wachsen und einige Hersteller setzen mittlerweile auch auf sehr große Unternehmen. Aber das sind so Trends. Bei diesen Finanzierungssummen, bei 20 Tagen im Jahr, da würde mir ja sofort einfallen, wenn ich jetzt klar sehe, okay, wenn ich profitabel bin, kann ich mir kostenlos Geld besorgen, dann nehme ich dieses Finanzierungsrisiko dem Bauern ab oder dem Lohnunternehmer, der diesen Mäschrecher kauft und gebe ihm dann, ich glaube, wie lange hätte er so Mäschrecher? 10 Jahre. Das heißt, ich vermiete ihm den einfach für 80.000 sozusagen für diese 20 Tage. Er kriegt dann quasi jeden Tag die Mäschrecher für 4.000 Euro gestellt. Dann könnte doch der Bauer sagen, das lohnt sich ja für mich viel mehr, ich muss es gar nicht finanzieren. Du brauchst das sowieso nur für 20 Tage und dann wird er wieder abgeholt und abtransportiert in irgendein Land, was ihn dann nochmal später in diesem Jahr braucht. Gibt es das schon in dieser Branche? Ja, klar, das gibt es also auch schon. Gott sei Dank in den Regionen, in denen wir tätig sind, spielt das nicht so eine ganz große Rolle. Also es ist ja so, wenn man eine Maschine mietet, wir reden ja doch von relativ überschaubaren Stückzahlen. Es ist jetzt nicht wie bei einem Golf 5 oder 6 oder, dass wir da Riesenstückzahlen, sondern da muss eben dann auch der richtige Käufer für die Gebrauchtmaschine vorbeikommen. Dieses Risiko muss sich der Hersteller bezahlen lassen, wie überall, wenn Risiken da sind. Es kann ja auch Konjunkturschwankungen geben und ich werde die Gebrauchtmaschine dann eben nicht wieder los. Und deswegen sagt der Landwirt heute, ich würde sagen zu 85, 90 Prozent in unseren Regionen, ich gehe das Risiko selbst ein. Ich sehe dann halt eben, meistens wird so ein Mähdrescher dann nach vier, fünf Jahren wieder verkauft. Also bei diesen ungeheuren Leistungen geht man dann, die da abverlangt werden, keine großen Risiken ein. Und der Landwirt macht es selbst. Gott sei Dank. Und ihr seid ja nun schon so lange im Geschäft und ihr habt ja quasi mit diesem Hannomag-Lager dann in Hannover ja direkten Zugang gehabt zu dieser Produktion wahrscheinlich auch. Hast du die da nicht in den Finger gejuckt, irgendwann selber mal mit dem Fricke-Traktor auf den Markt zu kommen? Oder den Fricke-Flug wird es wahrscheinlich ja sogar geben als Granitprodukt, oder? Ja, Flug nicht, aber es gibt andere Maschinen, Großfeder, Zinken, Eckengrubber und Schneeschilder und Schaufeln und was weiß ich, was wir da alles produzieren. Und wir wollten gerade eine Fabrik in der Ukraine kaufen und das hat leider nicht geklappt, weil wir haben länger verhandelt aufgrund Corona und leider hat dann der Nachbar anderes Geld gehabt, was die Verkäufer gelockt hat. So, jetzt sind wir am Überlegen, ob wir eben in der Ukraine, weil nur da gibt es diese Schweißer, die wir eben einfach dafür brauchen, dort ein Werk bauen, aber Putin steht da an der Grenze und sodass wir da vielleicht noch einen Augenblick abwarten, aber der Planungsprozess läuft. So der eigene Traktor, nein, okay, das ist eine, die Märkte sind aufgeteilt, es ist ein konsolidierter Markt, es gibt eben vier, fünf große Gruppen weltweit und das Entscheidende ist nicht die Landmaschine, sondern entscheidend ist eben auch da das Händlernetz. Und auch da gibt es halt eben eine demografische Entwicklung, es gibt nicht so viel kapitalstarke Händler in diesem Markt, die das Geschäft übernehmen können, denn wir müssen häufig eben auch ganz, ganz teure Maschinen, die 200.000, 300.000 Euro Kosten zurücknehmen. Und deswegen, so ist also vielleicht aber, das wäre jetzt einfach eine Liga zu groß, das ist alles abgefrühstückt und diese Märkte sind, wie gesagt, seit Jahren aufgeteilt. Es kann da auch kaum noch Konsolidierung unter den Gruppen geben. Ja, okay, ich habe das deswegen gefragt, weil ich habe am besten das Gefühl, in der Landwirtschaftsszene, da gibt es eine gewisse irrationale Bindung zu diesem Traktormarkt. Ja, man ist quasi entweder dieser Klaas-Liga oder John Deere-Liga oder Fendt und es gibt ja auch diesen Begriff von Traktor-Porn, sozusagen YouTube-Videos, wo man dann stundenlang Drohnen-Videos gucken kann, wie ein Traktor welche Felder abernte. Das gibt also eine sehr, sehr hohe Bindung zu der Marke, so wie im Automobilbereich ja auch. Man ist so im Opel-Lager oder im Mercedes-Lager, das Opel-Lager ist in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen kleiner geworden. Deswegen hätte ich mir vorstellen können, dass es dort gewisse Bestrebungen durchaus auch mal wieder gibt, da eine Marke zu etablieren, mit der sich die Leute emotional binden lassen. Nein, wir versuchen ja schon, unsere Eigenmarke Granit, also im Ersatzteilgeschäft zu pushen und auch da Marketing zu betreiben. Und da vielleicht auch noch eine Geschichte, wir haben halt eben gesehen, dass immer mehr unsere Lieferanten eben auch über Amazon ihre Produkte verkaufen und das über Amazon und Ebay. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir etwas Eigenes. Und ich habe dann gesagt, wir stellen Leute in Taiwan ein. Südlich von Taipei gibt es ein Cluster für Handtools, Quality Handtools. Das haben wir gemacht und haben das unter unserer Marke Granit Black Edition verkauft. Ist ein Bombenerfolg und auch unsere Werkstattmeister, die eigenen Werkstattmeister sagen, wow, top Qualität, haben wir gut hinbekommen. Wir arbeiten gerne mit den Werkzeugen. Die eigenen Leute sind ja meistens dann die kritischsten. Was sind das für Werkzeuge? Das ist also ganz normale Handtools. Also Zangen, Schrauben, Steckschlüssel, Sätze und was weiß ich. Also mittlerweile die Palette wächst, aber ein toller Erfolg. So, also das heißt, wir haben da Eigenmarke. So haben wir eben auch einen eigenen Sitz kreiert, der eben, wo wir einen Namen gegeben haben. Also wir versuchen eben auch da eben eigene Ideen zu verwirklichen und dass wir eben aus diesem Preiswettbewerb, der eben auch unter den OES, also dass eben gewisse Filter, gewisse überall im Netz zu finden sind, sagen wir eben, okay, wir kreieren etwas Eigenes, die Eigenmarke und das kommt sehr gut an. Das versteht der Handel auch und zieht da ganz gut mit. Bleiben wir mal ganz kurz bei dem Thema Plattform. Wenn man jetzt irgendwie anfängt, auf diese Plattform zu suchen, vor allem Alibaba oder auch Ebay Kleinanzeigen, dann hat man da so das Gefühl, man kann auch Landmaschinen kaufen, so Hoflader für 20.000 Dollar. Ja, die können die wildesten Sachen laut Ausschreibung. Wenn man da ein bisschen in den Vorhandel liest, dann kommt dann sofort die Rückmeldung, ja, das geht nach dem dritten Einsatz und dem vierten Silageballen schon kaputt und dann repariert es keiner mehr, weil es ja gar kein Händernetz dafür gibt. Trotzdem ist das ja so ein Vorbot. Seht ihr das schon, dass quasi aus dem asiatischen Raum jetzt Maschinen, Ersatzteile, Flüge deutlich günstiger angeboten werden? Und merkt ihr das schon irgendwie? Eher nicht. Also da auch wiederum, also die Chinesen haben einen italienischen Traktorhersteller übernommen, haben dann selber versucht, da in den Markt reinzugehen und haben eben einfach gesehen, ihnen fehlt das Händlernetz. Und ohne das Händlernetz bist du eben im Grunde genommen aufgeschmissen. Was war das für ein Ersatzteile? Das komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen, sorry. Aber es ist nicht so ein globales Ding wie John Deere. Nein, 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 um Gottes Willen. Nein, 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 um Gottes Willen. Also die, nee, die sitzen alle fest im Sattel, die haben ein Händlernetz. Also in sofern, nein, so wir sehen halt eben, wir sehen halt eben China. Nein, wenn du heute auf eine chinesische Messe gehst, dann siehst du sechs verschiedene John Deere Traktoren. Da ist dann Deer John, Big John. Die sehen alle von außen so aus wie ein John Deere. Aber die, das heißt, die Haube, die Kabine ist 100 Prozent kopiert, aber die Technik innen drin ist komplett different. Also das ist also verrückt. Und ja, okay, auch da muss man sehen, die Entwicklung geht weiter. Wir sehen es bei den Automobilen. Also auch die bleiben nicht stehen. Und aber nochmal, wie gesagt, bei uns ist eben einfach diese Technik vor Ort, der Händler vor Ort. Und wir sehen auch da Digitalisierung, Precision Farming. Es muss dann eben einfach jemand vor Ort sein, wenn deine Elektronik nicht funktioniert, dann muss ja jemand kommen, der Reset-Taste drückt und sagt, okay, du musst das nochmal neu kalibrieren und so und so. Und das gehört ja auch dazu. Es sind also nicht nur die PS, es ist nicht nur die Literleistung und so weiter. Aber vielleicht auch nochmal kurz zurück. Du sagtest eben die emotionale Bindung. Ja, es gibt da also eine emotionale Bindung. Und Landwirtschaft, das darf man nicht vergessen, hat auch etwas mit Tradition zu tun. Du musst ja sehen, da sind Betriebe, die existieren seit Hunderten von Jahren, immer schon in dem gleichen Ort. Du kannst die Landwirtschaft nicht in einen Rucksack einpacken und sagen, ich gehe damit jetzt sonst wohin, sondern man hat also da eine ganz klare Bindung. Und so hat man eben dann vielleicht auch stolz zu seinen Produkten. Also ich will mal sagen, in England, die internationale Dairy Association hat gefragt, wer will denn aufhören? Und dann haben die Engländer mit 250 Hektar und 300 Kühen gesagt, 30 Prozent werden aufhören. Und in Bayern mit 40 Kühen und 60 Hektar haben 80 Prozent gesagt, wir machen weiter. Also Gott sei Dank, wie gesagt, hängt das auch sehr, sehr stark an Emotionen. Man geht dann vielleicht nebenbei arbeiten, in der Automobilindustrie oder sonst wo. und versucht aber diese Landwirtschaft weiter zu betreiben. Und für uns wäre es natürlich ganz wichtig, dass es möglichst viele Landwirte gibt. Das verstehe ich, das verstehe ich. Wir kommen gleich nochmal zu der globalen Ausprägung von Fricke. Ich möchte nochmal ganz kurz bei den Produkten selber bleiben. Also okay, verstehe ich, Ali, du hast jetzt keine Angst vor dem Alibaba-Traktor für 15.000 Dollar. Was ist denn mit den elektrifizierten Maschinen? Mein direkter Nachbar Jens hat sich jetzt so einen Weidemann-E-Trak geholt, das so ein Hobby ist. Ja, hat so zwei, drei Pferde und muss auch immer wieder mal ein bisschen so passieren. Da bin ich ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Da reden wir ja von einem Gerät. Das kostet ja, glaube ich, auch 30 netto wahrscheinlich. Ist das eine zentrale Entwicklung in eurer Branche für größere Maschinen, dass dann auch jetzt so akkubetriebene Dinge Einzug halten auf dem Hof? Ja, wird sicherlich kommen. Also das wird sicherlich kommen. Leider. Es wird also dann der Combustion-Engine-Verbrennungsmotor wird also wahrscheinlich rausgehen. So, jetzt muss man aber sehen, dass im LKW-Bereich werden ab 24 kommen, verstärkt Small-Range, Mid-Range-Trucks auf den Markt. 28 kommen Long-Range-Trucks auf den Markt. Elektro. Elektro. Battery-Trucks. So, und man fragt sich natürlich, wer soll diese, wie wollen wir diese gewaltigen, wie wollen wir diese gewaltigen Batterien laden? Und ich habe also einen großen Kunden, haben wir in Neumünster, der hat gerade eine 100.000 Quadratmeter Fläche, 50.000 Quadratmeter Halle gebaut und wollte drei Battery-Trucks kaufen und hat dann die Stadtwerke in Neumünster gefragt, ich brauche dafür eine Leitung. Da haben die aber gesagt, drei LKWs, das ist zu viel, sie dürfen maximal zwei anschließen. Gleichzeitig. Gleichzeitig. Sonst wird das nicht funktionieren. Der hat aber 180 LKWs. Wow. Der hat aber 180 LKWs, also wenn der noch nicht mal drei anschließen darf, wie soll es dann 24, 28, das heißt, wie schnell kriegen wir das hin? So, und wir müssen natürlich... Wenn die Sonne scheint, dann kann er mit seinen Solarzeichen... So, und wir sind natürlich jetzt Offroad-Bereich, das heißt, wir haben 300, 400 PS Traktoren und die brauchen dann auch die volle Leistung über 12, 16, 18 Stunden, vielleicht auch 20 Stunden und die heutigen Batterien, also die, die wir heute zur Verfügung haben, auch das kann sich ja alles noch dramatisch verändern. Das muss man ja auch ganz klar so sehen. Dann müsste der eine 10 Tonnen Batterie hinten dran hängen. Also no way, das ist unmöglich. So, schauen wir mal, aber vielleicht ist die jetzige Lithium-Ionen-Batterie ja auch noch nicht das Ende vom Lied und auch da macht man sich ja Gedanken, Kurkuma-Wüste, wie tief will man da noch buddeln, wie stark will man die Welt noch dort schädigen und so weiter. Also auch das hat... Auch da gibt es ja Yin-Yang, auch da gibt es ja positive und negative Aspekte. Wir müssen uns da eben auch weiterentwickeln. Ja. Okay, also das ist jetzt quasi nichts, was kurzfristig passiert in den nächsten 10 Jahren, aber es gibt auf jeden Fall Potenzial, dass da was kommt. Und bei den Hobbyisten sind, glaube ich, diese E-Trucks... Ja, es wird kommen einfach jetzt... Die großen Treiber im Dieselmotor-Bereich sind einfach die großen Automobilkonzerne und wenn die jetzt rausgehen, Mercedes baut ab 28 kein Getriebe mehr. Das ist definitiv beschlossen. So, dann fehlen natürlich auch die riesen Forschungsentwicklungsgelder aus dem Automotive-Bereich. Also ich denke, über kurz oder lang wird sich da auch in der Landtechnik etwas entwickeln. Wie seid ihr global ausgeprägt? Ihr seid ja in Deutschland gestartet und du hast ja gerade gesagt, es ist ein sehr, sehr people-lastiges Business. Also es ist viel Vertrauensarbeit zwischen dem Händler und dem Abnehmer nötig. Ihr müsst dieses Netzwerk pflegen. Wie gut kann man da expandieren in andere Länder und wie weit seid ihr da? Ja, nein, jetzt wieder vielleicht zurück zum Parts-Business. So, das Parts-Business, da war mir, da war uns klar, Deutschland ist irgendwann zu klein, weil wir sind natürlich eine Nische und wir reden häufig eben von acht Stück pro Jahr, acht Ersatzteilen pro Jahr, zehn, zwölf, fünfzehn. Also wenn sich ein Teil fünf, sechs Mal dreht bei verschiedenen Kunden, wenn also fünf, sechs verschiedene Kunden das bestellen, legen wir uns das hin. So, dann haben wir gesagt, okay, wir gehen, durch Zufall sind wir dann irgendwie auf einen Niederländer getroffen, der, das war so eine John-Deer-Tochter, die dann geschlossen wurde, der ist dann bei uns gestartet und wir haben gesagt, aua, Mensch, wir haben eigentlich kein Geld und das war so um die 2000er und jetzt will er da mit uns arbeiten. Dann haben wir erst mal gesagt, du musst, du steigst auch mit 40 Prozent ein. So, und dann hat sich das aber entwickelt. Dann kamen ein paar Österreicher um die Ecke, dann kam ein Belgier, ein Franzose um die Ecke und so und wir haben dann daran festgehalten und alle haben uns dann beispielsweise gesagt, okay, Frankreich, ganz, ganz schwierig, die sind sehr nationalistisch und da werdet ihr Probleme haben, aber wir haben es geschafft und wir waren zuerst furchtbar unprofitabel und wir haben große Verluste gemacht und das hat dann also wirklich viele, viele Jahre gedauert, bis wir dann Länder profitabel bekommen haben. Man muss dann auch sehr, sehr stark am Pricing arbeiten. Wir mussten höhere Preise nehmen als in Deutschland zum Teil, erheblich höhere Preise, aber ich habe gesagt, okay, entweder der Markt akzeptiert das oder wir müssen wieder zurückgehen. Was heißt denn das geschafft? Also heißt das, jedes dritte Satzteil, was in einem französischen Traktor eingebaut wird, kommt von Granit oder 80 Prozent regionaler Marktabdeckung? Nein, okay, es gibt noch ein, zwei Wettbewerber in Europa, es gibt also auch noch einen Wettbewerber, der größer ist als wir, also mit dem messen wir und treffen wir uns dann eben in jedem Markt. Für dieses Feld Granit. Für dieses Feld Ersatzteile für Landtechnik und mit dem betteln wir uns also dann in jedem Land. Nein, der Marktanteil wird jetzt nicht so hoch sein, aber eben, wir haben einen gewissen, wir sind die, wir sind eben in den meisten Märkten in Europa sind wir Nummer ein, zwei oder drei. So, also das und dann gibt es eben noch einige nationale Player, die auch eben einen guten Job machen, aber nee, wir haben es eben geschafft, auch in diesen Ländern ordentliches Geschäft zu machen, profitabel zu werden, ein gutes Geschäft aufzubauen und ja, das einzige Land, was jetzt wieder, was uns zurückgeworfen hat, ist, wo wir zurückgeworfen wurden, ist UK, also da der Brexit, das hat uns schon wehgetan, wir waren sehr gut vorbereitet, aber in allen anderen Ländern kann man sagen, schwimmen wir über Wasser und haben also den Kopf aus dem Wasser bekommen. Und wenn du jetzt so nach vorne guckst und dir überlegst, wo kommt die nächste Milliarde Umsatzwachstum her, ist das für dich eine geografische Expansionsstrategie, wo du sagst, es gibt so Länder, keine Ahnung, Dänemark, Schweden, wo du vielleicht noch nicht seid, oder Türkei, oder was sind denn so Landwirtschaft, es muss ja eigentlich Asien sein, die müssen sich, da wächst ja die Bevölkerung, die müssen effizienter werden in Landwirtschaft, die kaufen sich jetzt Flächen in Afrika, da müssen, wenn ich mir jetzt so über zwei Ecken das so herleiten würde, müsste das ja eigentlich ein Markt sein, wo man noch viel stärker aktiv sein müsste. Wie gehst du da ran, an dieses Wachstum? Ja, da, nein, wir haben also ein, schon vor, uns zu entwickeln, da sehen wir zur Zeit den amerikanischen Markt, weil der doch eher vergleichbar ist mit dem europäischen Markt, da nur eben, das muss man so sehen, eine ungeheure Dominanz von John Gere dort, also dann Case New Holland, die Nummer zwei, auch sehr, sehr dominant und darauf müssen wir uns einstellen, so da bereiten wir uns gerade vor. Auch für Ersatzteile? Für Ersatzteile, ja, da haben wir schon, wir haben also dort einen Partner, bereiten das jetzt gerade vor, also die nächste, also in 2022 werden wir in den USA starten und da sehen wir also auch Möglichkeiten, also in Amerika ist der Markt nicht so stark konsolidiert wie in Europa, Vorteil, es gibt dort keine richtig großen Unternehmen, die dort also am Markt tätig sind, das sind also alles mittelgroße Player, die nicht mal eine Größe von 100 Millionen Euro erreichen, also da sehen wir dann noch Potenzial. Also mittelgroße Player, sagst du, das sind dann Ersatzteile Ersatzteile, reine Ersatzteilspezialisten, die Landtechnik-Händler, die können zum Teil sehr groß sein. Das sind also Mega-Dealer, die Starten machen, Iowa, Indiana und die also einige hundert Millionen drehen. Aber auch in Iowa werden ja jetzt ja nicht 20.000 Traktoren jedes Jahr verkauft, das ist ja wahrscheinlich ein bisschen geringer der Gesamtabsatz. Ja, aber der amerikanische Markt ist schon sehr, sehr groß und momentan ist der also sehr bullisch, es wird also sehr, sehr viel gedreht und momentan ist eher Verfügbarkeit, also viele Firmen sind schon fürs nächste Jahr ausverkauft. Ah krass und wenn ihr dort startet in so einem Markt, musst du dann dein ganz komplettes Lager spiegeln oder müsst ihr dann Produktion aufbauen in den USA oder gibt es noch genug Containerplatz, dass ihr dann schnell genug darüber schippern könnt? Ja, das wäre schön, aber der Lagerwert ist so ungeheuer groß und du fängst ja mit, das ist also jetzt nicht wie ein Supermarkt und all die Markte den man mal im Spiegel, sondern wir reden dort von einer dreistelligen Millionensumme, die nur im Lager liegt, also die gebundenes Kapital und du fängst bei vielleicht mit ein, zwei Millionen an und wenn man dann für 100 Millionen Teile da liegen hat, also das sind die Größen, nein, sondern das muss sich entwickeln, man muss sich auf den Markt einstellen, wir können nur halt eben die weltweiten globalen Ressourcen können wir nutzen, ja, aber wir fangen, man muss also dann einen kleinen Anfang, sich da rein kämpfen und Stück für Stück eben versuchen, ja, so schnell wie möglich zu wachsen. Welche Rolle spielen da digitale Kanäle? Würdest du jetzt auch anfangen, wenn ihr dort ein Lager habt, dieses Angebot auch intensiv über Amazon zum Beispiel in den USA anzubieten, weil dort werden ja auch die Abnehmer schon anfangen zu suchen auf der Plattform? Ja, Amazon ist also ein Pkw-Teile-Bereich in den USA schon mit Abstand der größte Marketplace, der größte Händler, im DIY-Do-It-Yourself-Market auch, also Heimwerkebedarf sind sie also auch mit Abstand die Nummer eins. Nein, da ist es so, Amazon ist unser größter Feind und im Grunde genommen mit dem Kapital, was sie haben, können sie jeden Markt erobern, weil sie eben auch viele Jahre lang in einem Nischenmarkt Verluste machen können, aber wir versuchen also überhaupt nicht, uns ganz, ganz stark fernzuhalten, weil die Gefahr, dass die bei uns einsteigen, in diesen Markt einsteigen, ist natürlich sehr groß, da sehe ich aber, da sehe ich aber jetzt auch das, wir verkaufen natürlich auch schwere, sperrige Teile, das kann eben ein Gelenkwellenprofil sein, das sechs Meter lang ist, das schwer ist, Gülle pumpen, die irgendwie 150 Kilo wiegen und so weiter, also Amazon momentan, die hat ja die Strategie eher klein und teuer und groß und Volumen sollen dann die Partner verkaufen, so das, so und trotzdem natürlich ganz klar am Ende ist es eine riesengroße Krake, die alles an sich reißen möchte und wenn man diese riesen Wachstumszahlen weiterbringen will, muss man sich eben auch mit Nischenmärkten auseinandersetzen, so also das heißt, das werden wir mit Sicherheit nicht machen, aber wir, aber man kann dann eben auch sehen, ob es eben digitale Händler gibt, die wir kaufen können, die schon am Markt sind, also auch sowas setzen wir uns durchaus auseinander. Ja, also ich hatte gerade mit dem Udo Kieslich einen Podcast aufgenommen, das ist so der E-Food-Expert in Deutschland und wir haben uns mal angeschaut, wer ist eigentlich der Gewinner im E-Food-Markt und das Amazon lange nicht dabei, das ist der größte Loser, obwohl der Markt ja riesig ist, ein riesiger Nischenmarkt, der größte Markt überhaupt und da ist Amazon mittlerweile auf der Verlierer, auf die Verliererstraße eingebunden. Sehr schön, freut mich, auf der anderen Seite ist es so, Sie können es noch mal wieder versuchen, Sie können noch mal wieder, Sie können lernen, Sie haben ein gigantisches Heer an Programmierern, Sie haben ein gigantisches Heer an Analysten, so das heißt never say never, so, also momentan ist das so, dann freue ich mich, also das ist jetzt keine Schadenfreude, aber irgendwie müssen wir natürlich sehen, dass wir auch, ja, die auch hier in Deutschland viele Leute beschäftigen und die sehr viel Sinnstiftendes machen und, ja, dass die nicht alles übernehmen. Bleiben wir mal ganz kurz dabei, diese fast 3000 Mitarbeiter, wie ist das aufgestellt, so, ihr produziert ein paar Sachen selber beziehungsweise lasst produzieren, sind da jetzt irgendwie Dreher und Schweißer dabei, die jetzt irgendwelche Ersatzteile produzieren, oder sind das alles Leute, die im Lager arbeiten oder in der Fläche Dinge dann ausliefern, wie ist das aufgebaut? Ja, wir wollen im Grunde genommen, es gibt ein Maschinenbauunternehmen in unserer Gruppe, da werden Maschinen produziert, da, wie man sich das klassisch vorstellt, da wird Stahl gebogen, da wird geschweißt und, 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 aber auch da haben wir eben Partner, eben in Zentraleuropa oder Osteuropa, die mit uns zusammenarbeiten, die Serien, die Produkte vorproduzieren, die Ideen kommen von uns, so, und im Partsbereich ist es so, sicherlich ist es verlockend, vielleicht auch mal in Richtung Produktion zu gehen, ich, wir sind gerade auch im Gespräch mit einem Sitz, mit Sitzspezialisten, so, aber, im Grunde genommen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, wir müssen eben einfach sehen, die Welt dreht sich so schnell und das Risiko, dass man auf die falschen Pferde setzt, ist eben sehr groß und wir können eben nicht in so eine Produktion reingehen und sagen, der Ablauf muss jetzt so und so sein, sondern wir sind eben Händler und wir, wenn eben die türkische Lira fällt, dann schieben wir Produkte in die Türkei, wenn, wenn die Produktivität in Guangzhou, in China sich verbessert, dann sind wir da vor Ort, wenn wir in Indien einen neuen Partner finden, dann, also das heißt, die Welt dreht sich eben so schnell, überall entwickeln sich tolle Sachen, soll ja auch so sein und, so, deswegen sagen wir, okay, das sollen bitte andere machen, wir, dieses Know-how besitzen wir nicht, wie gesagt, Firma Vielmann, die haben ja mittlerweile eine große Brillenproduktion, sowas nimmt man auf, aber das ist eben auch ein Produkt und bei uns ist eben die Produktvielfalt eben viel zu groß, Garten- und Forstprodukte beispielsweise, da haben wir eine irre Palette, da sind wir mittlerweile Marktführer für Parts, für Garten- und Forstprodukte in Deutschland, Hydraulik, also ich könnte jetzt... Also wenn jemand quasi, wenn irgendwo der Harvester kaputt ist, irgendwo im Waldgebiet in Deutschland, ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende des Tages ein Teil aus eurem Lager kommt, um diesen Harvester dann zu reparieren, ist gar nicht so gering. Ja, jetzt speziell beim Harvester gibt es noch Nachholbedarf, aber, da gibt es noch Nachholbedarf, aber wir sind gerade dabei, das aufzubauen, zu entwickeln, aber ja, wenn da irgendwelche Hydraulikkomponenten sind, dann könnte es schon sehr wahrscheinlich sein, dass auch die Teile bei uns bestellt werden. Ihr sitzt ja nun mit eurer Zentrale genau zwischen Hamburg und Bremen, Hesling, also das ist ziemlich genau in der Mitte, glaube ich, wenn ich das auf der Karte sehe. Wie einfach fällt es euch dann, denn auch für diese Spezialfunktion, denn Leute zu finden, egal mit wem ich im Podcast rede, ist eigentlich immer so, die sagen, naja, wir könnten eigentlich noch stärker wachsen, uns fehlen aber 100 Leute, der Christian Grau von Sportitje, hat er das gerade gesagt, die sind ja die Nummer 1 im Fitnessgerätehandel, in Europa meint, 150 Stellen sind ja gerade offen, wir können nächstes Jahr bestimmt nochmal ganz doll wachsen, aber ich kriege die ja gar nicht, diese Leute. Wie ist das bei euch? Ja, da muss man natürlich etwas differenzieren, also A, nein, wir kommen ja aus der Landtechnik und Landtechnik findet eben nicht in Berlin, Hamburg oder Brüssel oder Paris statt, sondern auf dem Lande und unsere Familie lebt seit Generationen in diesem Dorf und das hat sich eben einfach jetzt historisch gesehen so entwickelt und das kann man einfach auch nicht umziehen. und der Landtechniker, den brauchen wir ja auch, A, in den Werkstätten, aber auch eben für die Entwicklung von Produkten, da muss ja jemand sein, der wirklich sich für den Flug begeistert, der sich für den Traktor, die Maschine begeistert und den finde ich natürlich wiederum eher auf dem Land, weil der irgendwie, der Vater hatte Landwirtschaft oder der hat mal Mechaniker gelernt, hat dann eine Ingenieurausbildung gemacht, so den finde ich natürlich eher auf dem Lande, aber natürlich muss man sehen, das ganze Digitale, das Ganze in vielen anderen Bereichen ist es so, da sind wir heute total offen, wir haben irgendwelche Datenspezialisten, die eben, da haben wir ein kleines Hub in Bremen, wir haben ein Hub in Hamburg, das hat sich dann eben einfach so entwickelt oder wir haben in den Niederlanden Datenspezialisten, die für Capgemini gearbeitet haben, bei uns gestartet sind und wo man dann irgendwie sagt, okay, schon wieder, wo wohnt der in Den Haag? Ich sage Den Haag, wie weit ist das von unserem Office weg, Dörtinchen sind wir, ja 250 Kilometer, ja dann muss er wohl doch Homeoffice machen, also das heißt, auch da sind wir kompromissbereit und auch da ändert sich das, also da vielleicht noch eine Sache, der Monteur bei uns hat mittlerweile eine viereinhalb Tage Woche, der arbeitet vier Tage neun Stunden und dann vier Stunden, sodass er auf 40 Stunden kommt, auch da haben wir uns dem Markt angepasst. Früher unglaublich, weil wir gesagt, gedacht haben, wir müssen unbedingt bis 5, 6 Uhr da in der Werkstatt sein und das müssen wir dem Kunden bieten. Mittlerweile, ja, der Mitarbeiter, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, so, dass wir die Leute halten können, da lassen wir uns schon wahnsinnig viel einfallen. Gibt es sonst Engpässe quasi in eurer Branche? Also du meinst, die Mitarbeiter findet man auf dem Land, das Land ist ja sehr verteilt, das ist quasi nicht eine, es gibt jetzt nicht das Silicon Valley, der Landmaschinenmechaniker, sozusagen, die gibt es überall, in Schleswig-Holstein, genauso wie in Baden-Württemberg und Sachsen, aber wenn du so nach vorne guckst, klar, weiter Ausbau der Sortiments, weitere Märkte kommen dann hinzu, dann gibt es natürlich entsprechende, ja, Skalierungseffekte auch in der Produktion, dass man auch wieder Preisvorteile hat, neue Kategorien kommen dann dazu, das ist ja sehr, sehr stark bezogen aufs Kerngeschäft, gibt es sonst noch so Bereiche, in die ihr so als Gruppereien expandieren könnt, also wenn man jetzt sozusagen mal diese ganze Glocke digital aufmacht und jetzt ich nochmal den Vergleich aufmache zu den anderen Händlern, dann ist das ganze Thema ja Daten, wie werden Maschinen genutzt, wie stark wird der Flug belastet, muss man da jetzt irgendwie über den Smart-Grupper nachdenken, der jetzt irgendwie an euch zurückmeldet in die Zentrale, wie oft wird irgendwie eingesetzt, damit man das Thema Predictive Maintenance würde jetzt ja jeder große Maschinenhersteller irgendwie laut rufen. Ist das wirklich ein Thema oder sagt sich dann der Bauer, der Landwirt, das ist alles egal, ich brauche jemanden, den ich anrufen kann, wenn der Grupper kaputt ist und dann muss der am nächsten Tag repariert werden und lass mich da in Ruhe mit dem Smart-Grupper. Nein, das ist also auch heute schon Standard, also der Kunde kann also heute bei uns buchen, dass wir die Maschine ständig überwachen, also zumindest ein Traktor, ein Mähdrescher, dann sind wir in der Maschine drin und können ihm eben sagen, Kühlwassertemperatur ist zu hoch, bitte, da muss Vorsicht jetzt und du kannst vielleicht noch weiterfahren, aber das müssen wir in den nächsten Tagen, müssen wir das untersuchen, was da los ist, also Achse macht Probleme, also das sind schon Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Nein, klar, das geht eben alles weiter. Und wie kommen die an die Daten ran? Nein, die werden über Funk, werden die also an uns gesandt, da gibt es also Systeme am Traktor, die das, Sensoren, die das aufnehmen, die uns das senden. Ja, so, wobei heute auch BMW oder Mercedes, VW, dass man, dass beispielsweise die Bremsbelege sind runter und automatisch wird ein Werkstatttermin gemacht, automatisch werden diese Teile bestellt, auch das funktioniert ja alles noch nicht. so und solange das im Automobilbereich noch nicht funktioniert, also auch das, dass da automatisch ein Termin gebucht wird oder kommen sie nächsten Freitag 15.30 Uhr in die Lagerstraße 36 zum Bremsklötzewechsel, die Teile liegen parat, auch das ist eben, da arbeiten die. Funktioniert noch nicht mal bei Tesla. Funktioniert noch nicht mal bei Tesla. Ja, das stimmt. Am Ende des Tages sind immer doch die Kleinigkeiten, dann bleibt jemand, gibt es eine Panne bei dem LKB, wo das Teil drin ist oder der Mitarbeiter kommt zu spät zur Arbeit, dann wird ein Termin verschoben, dann geht es nicht. Also extrem spannendes Unternehmen und vielleicht jetzt noch zum Ende des Podcasts, wenn du jetzt hier ein paar, ein paar Menschen hören jetzt hier auch zu, gibt es bestimmte Jobs, die besetzt werden müssen, wo du sagst, ich brauche unbedingt hier Kassenzone-Hörer, die morgen bei mir anrufen, um dann dem Granit-Business zu helfen. Genau. Ja, wir suchen also noch ein Lagerleiter in Tholai. Das ist schon sehr speziell. Nein, das ist Saarbrücken an der französischen Grenze, sechs Stunden südlich von uns und dort planen wir also eine große Investition. Ja, also ich könnte jetzt jeden Bereich durchgehen, also es gibt irgendwie jeden Bereich, ich glaube, wir haben 150, 200 offene Jobs. Ja, noch eine Sache, vielleicht auch speziell, wir haben über 200 Auszubildende, wir haben sehr, sehr viele auszubildende Studenten, wir haben also gigantisch viele duale Studenten, auch Wirtschaftsingenieur, Kaufmann, Daten, IT-Kaufmann und so weiter und so fort. Also auch da machen wir uns sehr viel Gedanken. Das heißt also, wenn wir, nee, wenn du teuer Leute reinholst, gehen diese Leute auch eben dann leicht teuer wieder weg für noch mehr Geld. So, besser ist natürlich, so wie wir es machen, dass wir also diese gigantisch viele Studenten, Auszubildenden, Gewerblichen Auszubildenden, dass wir die ranziehen und sie eben auch an uns andocken und nicht nur mit Headhuntern unterwegs sind, teuer Leute reinholen. Also auch das sehe ich eben als wichtige Komponente. Also Saarbrücken ist es so, dass die haben also eine gute Uni mit einem SAP, mit sehr guter SAP-Ausrichtung. Da habe ich gestern also gleich eine Nachricht geschrieben, bitte kümmert euch drum drum, dass wir uns da gleich ein bisschen randocken, dass wir dann an dieser großen Investition, die wir in Thulei planen, dass wir dann vielleicht auch gleich da ein paar Leute ranholen. Okay, ich verlinke nochmal die Stellenanzeigen auf jeden Fall von der Fricke-Gruppe. Ich habe das ja in Hesling mal schon mal ein bisschen angeguckt. Bei euch ist es extrem beeindruckend, sicherlich so eines der, für mich auf jeden Fall, eines der spannendsten, erfolgreichsten Unternehmen hier. Ja, vielleicht noch, vielleicht noch eine Sache, Alexander, so das ist eben ja Familienunternehmen, was ist da, was zeichnet uns aus? nein, also die, ich bin auch ein bisschen stolz darauf, die vierte Generation ist jetzt da drin, und die sind, also die Söhne sind, Adrian und Philipp sind 29, 30 Jahre alt und haben sich in der Welt umgeschaut und die Möglichkeiten sind ja heute doch andere als, als in meiner Zeit, da ging man vielleicht mal ein Jahr rüber nach Amerika zum Austauschschüler, aber dann war, war es irgendwie durch und die sind also auch sehr viel in der Welt rumgekommen, die sind also, ja, unterwegs. also auch das ist, glaube ich, ja ganz wichtig für den Spirit in so einem Unternehmen, dass die Leute sehen, okay, da kommt auch die nächste Generation und dass wir das alle wollen und ich hätte das Unternehmen ja auch vielleicht vor fünf Jahren verkaufen können, aber ich habe eben Anteile auf die Kinder übertragen und eben gesagt, okay, das soll so bleiben und die Firma ist also praktisch das Baby, was gehegt und gepflegt werden muss und da sehen wir uns, treffen wir uns immer wieder und wenn wir jetzt auch nicht jeden Tag so wahnsinnig viel miteinander reden, aber wir haben gewisse Meetings, wo wir uns zusammensetzen und das finde ich eine sehr positive Geschichte. Das heißt, dann müssen Adrian oder Philipp auch dann in nächster Zeit öfter mal in die USA fliegen, wenn dort das Business anfängt zu skalieren. Auch das, ja genau. Ja, sehr cool, kann ich nur empfehlen, also es ist ein sehr spannendes Unternehmen, für die meisten im Podcast noch nicht so bekannt, wird glaube ich bekannter, wenn Adrian und Philipp deine Wachstumsgeschichte fortsetzen. Ich muss mal kurz überlegen, du bist Ende der 80er eingestiegen, das heißt, du hast den Umsatz ungefähr verdreißigfacht. Wenn die das auch schaffen, sozusagen in der Zeit, dann reden wir von einem sehr, sehr großen Unternehmen hier. Grüß als General Mutter. Ja, sehr, sehr cool, sehr cool. Nein, okay, schauen wir mal. Vielen Dank für deine Zeit hier. Okay, vielen Dank an dich, Alexander. Vielen Dank. Vielen Dank.